Ho 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 zusammen, hier ist wieder Ben und ich habe ein paar Tricks gesehen. Diese könnt ihr ganz leicht machen, einmal kurz aufpassen, dann lasst es krachen. Elias Gremmelmeier hat kommentiert, kannst du vielleicht einen Trick-Tipp zu Kragas machen? Würde mich sehr freuen, grinse Smiley. Na klar, mache ich den für dich und dir erstmal frohe Weihnachten mit deinem Mystery-Skin. Ich zeige hier einen kleinen Trick, den ihr zusammen mit eurem E kombinieren könnt. Und zwar springt Kragas nach vorne mit seinem Bauch-Rammer und Stunt den ersten Gegner, den er dabei trifft. Leider stoppt allerdings auch diese Fähigkeiten an Minions oder anderen Monstern. Um das aber zu umgehen, könnt ihr wunderbar euren Flash damit benutzen. Denn ihr könnt auch woanders hinspringen und dann mit eurem Flash euch zu eurem Ziel noch hin teleportieren. Dadurch könnt ihr zum Beispiel diese Minions umgehen und bringt dann diesen Schaden und den Stun dann an dem Ziel unter, wo ihr das denn haben möchtet. Wenn ihr diesen Stun gelandet habt, dann benutzt sofort euren Ultimate hinterher, denn das Ziel ist ja noch gestunt und kann sich gerade nicht wehren. Und mit eurem Ultimate schickt ihr es halt weiter in Richtung eures Teams. Das ist halt eine der besten Varianten, um euren Ultimate zu benutzen und euren Teamfight zu gewinnen. Also merken, einfach mit E nach vorne dreschen an den Minions vorbei und dann reinflaschen in den Gegner. Ich hoffe, der Trick hat dir geholfen und wenn auch ihr noch einen Vorschlag habt, dann schreibt es in die Kommentare bei Facebook und bei Twitter. Gebt von mir dann, wenn ich euch auswähle, in dem nächsten Video ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir in Form eines Mystery-Skins. Die Gewinner schreiben mich bitte einmal persönlich an, das macht es einfach einfacher für mich. Und ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in Türchen Nummer 17 morgen. Haut rein! Ja, dann sehen wir uns in Türchen, dann sehen wir uns in Türchen.